Du wolltest eine Anmoderation haben, ne? Dann willkommen auf YouTube zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Du wolltest keinen Mist machen, hast du gesagt. Ich hab keinen Mist gemacht. Nein. Wir spielen heute mit Wolfi, solange er sich benimmt. Au. Ja. Und ich hab keine Ahnung, ob das hier gut ist oder nicht, aber Google sagt ja. Ich werd einfach mal auf Start drücken und ich denke, da musst du auch auf Start drücken und mal gucken, was passiert. Skeletor the Undying. A powerful phantom who is guided by a mysterious being. Hey, da fehlt ein Wort. Enchanted beings of all kind has roamed the land for centuries. Making it one of the most dangerous continents to traverse. Das übersetzt sich jetzt aber nicht alles. Skeletor's magic has enchanted the many famous pumpkin patches around the area, turning them into creatures of chaos. One creature stood out the most. They call it the pumpkin master. He rules over the land of one of the years. The pumpkin master. You have no one brave enough to stop the undead phantom and his minions. Skeletor gradually ascends in power, altering several dimensions, causing portals to collide in this universe. Now you have entered this world. Your journey begins. Deine Reise beginnt. Warum läufst du den ganzen Kreis um mich rum? Keine Ahnung, was sie zu tun haben. Ich bin, ich habe Aries, ich muss immer was tun. Klicken, tun, piepapu. Ist das? Ja, ja, also ich, wenn ich auch komplett still rumsitze, wackele ich mit meinem Zehen im Schuh oder so. Ich wibble mit meinem Bein. Siehst du das gleiche Gespräch wie ich oder musst du das jetzt als separat selber auch drücken? Also hier ist noch kein Gespräch. Ich muss anklicken. Jetzt habe ich den ersten Text. Sorge dich nicht. Ich werde dich nicht angreifen. Ich finde es interessant. How are you going to keep a baby? Wie ihr Kreaturen hier erscheint. Du bist tatsächlich nicht, ihr seid tatsächlich nicht die erste Gruppe. Eine andere ist auch hier gewesen vor einiger Zeit. Ich kann dir auch an Übersetzungen gerne helfen. Ja, bitte. Habt ihr seitdem nicht mehr gesehen? Ich wette, der Pumpkin-Master hat sie eingefangen. Das Portal zu deiner Welt wurde geschlossen. So, ja. Du bist gefangen hier. Bam, bam, bam. Hehehe. Ich zweifle, du machst es. Kommst weit, wenn ich ehrlich bin. Du wirst es wahrscheinlich nicht mal aus dieser Krypta machen. Aus diesem Grab. So, wie läuft das jetzt ab? Also, wir müssen hier Rätsel machen oder können wir sterben, werden gejagt? Das weiß ich nicht. Weil, ich weiß nicht, wie gut VR sich entwickelt hat, ob die uns was tun können mittlerweile. In manchen Spielen kannst du, glaube ich, auch draufgehen. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Ich denke, es ist ein Escape Room. Oh, guck mal. Man kann hier reingucken. Hier nicht. Warum kann man den dann aufmachen? Was machst du da? Ich liege. Schade, kann ich nicht zumachen. Das habe ich ja so gedacht, das zu spugeln. Ja. Einmal runter. Auf. Okay, ich glaube, wir müssen jeder das dann drücken. Ach so, hast du ja auch drauf gedrückt? Ja. Okay, das könnte bei Time Events aber stressig werden. Je nachdem. Ich muss mal gucken, was wir hier machen müssen. Was ist das hier? Der hat sich jetzt nicht bei dir gedreht hier, ne? Wo bist denn du schon wieder? Ja. Ach, kannst du den da auch drehen? Ja, du kannst den da hinten auch drehen. Jetzt habe ich das aber gesehen. Äh, aber ich glaube, guck mal, guck mal da oben. Äh, ja, der da hat zum Beispiel so die fiese Macher und dann musst du ihn so drehen, dass der die fiese Macher hat. Oder? Du meinst, dann kann man hier durch? Ja, aber ich glaube, da müssen alle da so gucken, wie der da. Also alle gucken fies. Der guckt bei mir, jetzt sind bei mir alle fies. Ja. Jetzt ist es auf. Okay, dann müssen wir manche Sachen doch nicht. Also dann geht das wohl, wenn einer das macht. Ah, das ist aber auch ungenehmer. Äh, warte mal, ist die Tipper die Back? Ich bin da einfach reingelatscht. Also ich dachte, man muss öffnen. Habe ich auch geduscht, aber auch. Oh, da ist was auf dem Boden. Pass auf. Der ist schon wieder. Willkommen in der Welt der lebenden Toten. Ich bin überrascht, dass du es, äh, aus der Krypta geschafft hast. Aber das Schloss war auch nicht hart herauszufinden. Ähm, wenn du in die Stadt willst, suche Mr. Johnny Longlegs in seiner Villa. Es geht da lang. Street, street carefully. He does not like. Er mag keine neuen Leute. Sie sollen vorsichtig sein. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Was wollte ich gerade sagen? Habe ich was vergessen? Ich laufe hier rum und gucke mir alles an. Bin ich hier rein? Oh, tatsächlich. Das ist ja interessant. Bibi, bibi. Achso, ich bin schon mal... Ich bin wohl reingelatscht und kann Säger aufmachen. Sag Bescheid, wenn ich dich retten darf. Weiß ich noch nicht. Ich habe ein Kristall gefunden, aber ich komme da nicht dran. Also, ich gehe jetzt einfach zu so einem Menschen gerade schon mal vor. Hoffentlich finde ich den Weg. Ich habe da keine Orientierung. Bin wieder raus. Sag, wenn ich dich abholen soll. Ich stehe da vor. Ah, ich sehe dich auch. Ich wollte mich hier nur kurz umgucken. Warte, das sah aus, als könnte man das irgendwie einsammeln. Wieso kann man denn hier rein? Du hast eine komische... Rune da über deinen Kopf. Habe ich das? Mhm. Ah, hier ist noch eine Blur zum Lesen. Wo bist du denn? Hier. Ich sehe dich nicht. Hier, ich springe. Gucke ich in deine Richtung? Kannst du es sehen? Nein, nein. Links, 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 links. Jetzt. Halt. Ich finde es cool, wie dein... Ich weiß nicht, hast du deine Aura vorgearbeitet oder... Nö, den habe ich gefunden. Der passt perfekt zu dem Spiel jetzt gerade. Ich habe den beim Halloween Spookality Event gesehen und dachte mir, der hat meinen Gesichtsausdruck. Den finde ich gut. Ein Vampir. Ja, das war ja klar. Aber wenn du etwas von Value hast, kann er dir etwas sinnvoller geben. Okay. Gehen wir da hin? Äh, nein, warte mal. Hast du die Let's Lord mitbekommen? Der hat vielleicht irgendwas... Nein, wenn du was hast, von wer hat, dann gib dir was. Das heißt, den Diamanten, den du gesehen hast, den könnte man gebrauchen. Da kann man aber nicht dran, aber vielleicht kann man hier in die anderen Finger rein. Vielleicht musst du ja was lösen, um da ranzukommen. Wo ist denn der? Äh, am Anfang da hinten in... Ich habe was gefunden. Ein Stein. Sah der aus wie der im Grab? Ja. Ah. Musst du den nochmal picken? Ja. Das musst du festhalten. Ah ja, du hast ihn... Na, meine Frage war, ob du jetzt auch einen doppelten Diamanten hast. Kannst du ihn auch nehmen, oder habe ich den jetzt nur? Ne, ich habe den zuerst genommen, deswegen war es gerade kurze Frage, ob du den jetzt extra nochmal hast. Also, ich sehe bei dir keinen in der Hand. Same. Da müssen wir nämlich aufpassen, dass jeder immer alles doppelt guckt. Das spielst du nicht so auf den Korb ausgelegt, habe ich das Gefühl. Also, du kannst es sogar bis zu mit zwölf Leuten spielen. Okay, warte mal. Klopf, klopf. Hi. Hier, Diamant. Ey. Guten Tag. Hier. Ich schmeiße dir das Ding ins Gesicht. Hier. Zack, zack. Hallo? Wer wollte das nicht? Mag er den nicht? Hier, nimm ihn. Nimm ihn. Der haut mir die Tür vor der Nase zu. Ey. Gib mal einen Diamanten her, wenn du ihn schon nicht nimmst. Dann gucke ich, was es hier noch gibt. Warte mal. Jetzt kriege ich meinen Diamanten nicht mehr. Scheiße. Kann ich von der Map fallen? Ich habe ein kleines Problem. Ich laufe gerade aus der Map. Cool. Ich wollte ihm meinen Diamanten ins Gesicht drücken. Jetzt ist der Diamant-Bud in der Tür. Na, fein. Jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt noch ins Mansion komme, ohne das Ding. Sonst vielleicht einmal irgendwo durch eine Tür gehen und wieder zurück? Ah, das könnte gut sein. Warte mal kurz. Ich bin doch nicht aus der Map gefallen, aber eine Alpha-Wand. Ich gucke mir an, was hier noch für ein Gitter ist. Wo kamen wir nochmal her? Kamen wir von dem Gitter nahe? Nee, wir kommen von da hinten. Außer Kauft. Juni, da, was steht hier? Was stand da? Cemetery irgendwas. Kommt das vielleicht hier rein? Das ist größer, als ich dachte. Wo hast du denn das gelesen? You need the cemetery key to enter. Ja, gut. Erschlüssel. Jetzt laufe ich gerade irgendwo querfeld ein. Das erinnert mich an das Spiel, was ich abgebrochen habe und doch nicht hochgeladen habe. Ich habe mich nämlich verlaufen und habe es für blöd befunden. Also noch nicht 100 pro. Eigentlich ist es gut gemacht und dann verkackt. Ich laufe mal kurz wieder in die Kruft in der Hoffnung, dass es dann resetet. Sonst kriege ich den Diamanten hier mehr. Ja, ich stand gerade in einem Baum. Du kannst auch respawnen, ne? Ach, kann ich. Wo geht das? Escape und dann respawn. Wo ist... Ah, da. Nee, ist das der Flügel? Oh, ich habe noch ein Kristall gefunden sonst noch. Aber wenn du das mit so viel spielen kannst, kann ich den tatsächlich mit rausnehmen. Jetzt liegen hier zwei. Hä? Wie soll ich denn jetzt zwei mitnehmen? Warte mal, ich finde dann respawn nicht, was du gesagt hast. Escape? Ja. Und dann zweite Zeile. Neben Go Home steht respawn. Ah, da. Okay. Okay, jetzt bin ich wieder in der Krypte. Und ich habe hier zwei Kristalle. Ich weiß noch nicht, wie ich die alle mitnehmen soll. Wahrscheinlich musst du die irgendwo ablegen. Und du brauchst wahrscheinlich alle Kristalle aus dem ganzen Gebiet. Du musst die wahrscheinlich collecten und dafür kriegst du dann was. Wobei, hier ist auch so das Tor von dem hier mit Cemetery Key. Da sind solche Kästchen dran. Könnte es sein, dass man da den Kristall reinpacken muss? Na, mehrere? Das kann gut sein. Ich latsche mal mit einem da hin. Ich gucke mal kurz. Mr. Bitte geben Sie mir meinen Diamanten gleich wieder. Sonst gucke ich einfach zu, wie das Spieltiv durchspielt. Guck, ob das funktioniert. So. Ist mein Diamant jetzt wieder da? Oder ist der immer noch stuck in einem Ding? Okay, das funktioniert nicht. Ey, ich bin so geschädigt in dem Punkt. Dieses Wort stuck triggert einfach den Gedanken am stuckster Pro. Also ich sehe meinen noch schwebend hier vor der Tür. Dann ist meiner wahrscheinlich auch noch drin. Ich hätte ihn nicht auf Zwang da reinschieben sollen in die Tür. Ja. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass ich dann gar nicht mehr den Kühl kriege. Kommst du wirklich, leuchtet der auch nicht, wenn du da so ganz nah vorstehst dann? Ich kann ihn ja leider nicht sehen. Das Problem ist, ich muss ja immer den Duder holen an die Tür, damit die Tür aufgeht. Und dann sehe ich erst wieder meinen Diamanten. Aber wir müssten ja erst mal wissen, wofür sind diese Diamanten. Es ist halt die Frage, ob wir alle brauchen, weil du hattest doch einen noch in diesem einen Grab, wo du nicht rankommst. Ja, und ich habe gerade den zweiten, den ich gefunden habe, auch bei ihm vor die Tür gehangen und ich hole den anderen da jetzt nochmal. Okay, er hat sich bewegt, aber er ist immer noch in das Tür. Sonst sollen wir einmal neu starten. Ich weiß nicht, jetzt sind sie eher wichtig, das Ding ist. Ich auch nicht. Nicht, dass die sagen, okay, wir geben dir jetzt, du brauchst nur zwei Diamanten, aber wir geben dir drei Diamanten. Ja, das kannst du auch haben. Ich gucke jetzt erst mal, da sind doch zwei Schächte bei der Tür, oder? Hä, der Baum hat sich gerade gedreht. Welche Tür? Nee, warte mal, das sind vier Schächte, oder? Wie viele Schächte sind hier? Was hat der Baum jetzt getan? Na, kann ich da einfach durch? Nee. Wo ist denn das Ding, wo du das reingelegt hast? Wo ich was reingelegt habe? Na, den Diamant. Nee, das hat nicht funktioniert. Ich dachte bei dem Tor mit dem Unit Cemetery Key. Ja. Ich habe jetzt wieder noch ein Kristall und den bringe ich gerade mal wieder dann auch zu dem Typen, damit die alle an einer Stelle sind. Vielleicht sind die Diamanten so ein Bezahlungsgutern, um den Typen abzukaufen. Was ist das denn? Wie weit geht es denn hier? Warte, das muss ich nochmal lesen hier. Warte, der faule, schnarchende Kürbis schläft immer wieder ein, immer wieder ein. Du brauchst gar nicht zu warten, Jack, jetzt lies doch nochmal vor. Egal, wenn du ein lautes Geräusch machst, du kannst ihn starten. Oh Gott, ich bin hier reingelaufen. Du kannst hier einfach reinlaufen. Wo kannst du reinlaufen? Ich komm. Ich habe dich doch gerade irgendwo gesehen, oder? Ja, warte mal, ich gehe mal raus. Ich habe dich, glaube ich, gesehen. Hallo, hier? Ja, da. Du kannst hier einfach reinlaufen. Ist das das, wo ich drin war, oder? Ja. Da ist so ein konisches Skelett im Sarg. Ja. Ach so, den sehe ich gar nicht, was so dunkel ist in der Aufnahme. Ja, doch, da sehe ich ihn ein bisschen. Aber ich kann nichts mit mir interagieren. Hm, gar nicht. Aber hier sind zwei Statuen. Nee, die haben keine Fächer, wo du was reinlegen kannst. Das ist nur zum Gucken. Nur Deko, meinst du? Ja. Ach, 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 ach. So, was haben wir denn hier? Warte mal, ich habe eine Mietze-Katze von der Tür. Ja. Oh, das ist interessant. Okay. Hier ist so ein Lever. Also hier fehlt ein Lever. Hier ist so ein Schaltungsgerät. Ich habe nicht mitgekriegt, wo du hingelaufen bist. Ach, da bist du. Ja. Hier fehlt noch ein Hebel zum Runterdrücken. Da ist so ein Schlitz, wo du da Hebel reinblenden könntest. Oder haben wir hier? Wir haben hier den Schlafenden. War das dein Rätsel? Ja, du sollst ein lautes Geräusch machen. Dann kann man ihn vielleicht wecken. Hallo. Miau. Miau. Woff. Hilf nicht. Ich kriege nichts. Das heißt, das muss ein spielinternes Geräusch sein. Katze? Nein, das ist ein Mikro. Das ist nicht zum Spielen. Du kannst dich hinlegen. Bitte. Ähm, von der ist ein... Ja, gut. Also erstmal ein lautes Geräusch hinten hier. Also ich habe vorhin, wie auch immer, es geschafft, dass sich ein Baum mit... Ah, hier ist das Buch, was das übrigens sagt. Aha. Dass sich ein Baum mit rotem Gesicht dreht. Ein Baum mit rotem Gesicht dreht? Ja, der hat schon ein bisschen Geräusche gemacht dabei. Okay. Das ist hier. Machst du hier schon? Oh, hier geht's rein? Okay. Ich weiß halt nicht, willst du wirklich nochmal riechstarten mit dem Diamant? Nicht, dass wir jetzt zu weit spielen. Ach, hier kamen wir her. Also. Ach, hä? Hier kommen wir her? Ja, das war das mit den... Oder konnte man die nochmal einstellen, um irgendwo anders hinzukommen? Ja, äh, da war noch ein anderes Tor. Sicher? Da ist doch ein rechtes Tor, aber ich weiß nicht, ob... Ja, da kam ich her. Ah, nee, da ist noch eins. Ja, das... Ich weiß aber nicht, ob sich das öffnen lässt. Weil es gibt halt kein... Du kannst es trotzdem mal probieren, alle Kürbisse mal andersrum zu drehen. Mit uns studieren Dingen. Das wäre nicht so confused. Das ist wieder auf 1, 1, 2, 2 Spieler. Nee, es lässt sich nicht öffnen. Dann müssen wir wohl da lagen. Es ist ja noch auf, brauchst du nicht zurückdrehen. Ach so, okay. Jetzt ist er wieder weg. Hauptsache, einmal rumheulen. Ja, immer aufmerksam, zu ne Tür, das geht ja mal gar nicht, ey. Ja, ich weiß, die Tür war zu. Ah, dann will ich ja erst mal die ganzen kleinen Gebäude hier nochmal angucken. Okay, mein Edelstein ist noch da, wo ich ihn hingelegt hab. Hier kommst du rein? Das ist da, wo du meintest, du kommst nicht an den Edelstein ran. Ich hab nicht gesehen, wo du hingelaufen bist. Na, du meintest davon, du siehst die nicht. Ja, ja, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Äh, das ist gleich das kleine Häuschen nebenan. Äh, du kriegst das hin, wenn... Wenn du einfach den Hebel drückst. Da war ein Hebel an der Wand. Wo bist du hier? Hallo? Hallo, hallo? Ja, 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 wo? Ah, da. Ja, hier, hier. Da drin, äh, war der Diamant, wo du meintest, du weißt nicht, wie du rankommst. Ich hab jetzt irgendwo aber auch einen Diamanten liegen lassen. Irgendwo mitten in der Wildnis. Da kann man ein Grab aufmachen. Hier schwebt er. Ist der das, den ich vergessen hab? Ich weiß aber auch nicht mehr, wo ich den her hab. Ja, und hier war nämlich, auf der linken Seite war da so ein Hebelding. Ach echt, das hab ich nicht gesehen. Und dann kommst du nämlich ran. Okay. Das Problem ist... Ich helf dir jetzt einfach mal mit den ganzen Streicher... Siehst du den hier, den ich hier vorher geschleppt hab? Nee. Jetzt sind dir nämlich zwei. Ich seh deine, die erst nicht... Erst die Frage ist, wo gehören die hin? Ja, ich tu dir jetzt erstmal alle auf den Bauernhof, weil ich weiß nicht, ob mir nicht eh jetzt einer fehlt, um das Ding aufzumachen. Ich hab die leise Hoffnung, dass wenn du das aufmachst, ich einfach mitrein kann. Ja, das könnte sein. Dann geh ich mal die anderen beiden von dem Vampir wiederholen. Vielleicht muss man sie einfach nur zusammenfügen zu einem großen Edelstein. Ach, du meinst du... Dann wird einer und dann nimmt er den... Oh, wer weiß. Oh, ich würde gerne schneller laufen können. Das ist ja nervig. Heilst du die Tasse gedrückt zum Rennen? Na sicher. Mhm. Also, so doof bin ich jetzt nicht. Ich weiß nicht. Na, du bist vielleicht verplant manchmal, aber alles gut. Ja, sag der Richtige. Ja, ich hab ja nicht... Nein, das ist nicht bei mir auch der Fall. Okay, ach, ich weiß, wie du ihn aufkriegst. Wie, wie? Du wachkriegst. Wie, wie denn? Hm, komm mal her? Ja, Moment, jetzt hol ich erst mal einen Edelstein her. Ja. Äh, ich treffe dich da beim Sleepy-Kürbis. Wenn ich den mal wieder finde. Du gehst einfach vom Start aus nach rechts den Weg durchs Tor. Wenn ich jetzt... Ich seh dein Lämpchen da leuchten. Also gut, den Reiz hier spiel ich. Ich spiel zu viel. Ja, aber wahrscheinlich, weil das auf Kinderniveau ausgelegt ist. Meinst du? Ja, das soll da die kleine Folge sein. Das ist doch voll gruselig. Und schwierig und schwer und Horror und überhaupt. So, ich bin am Weg. Ich bin am Weg. So. So. Und zwar... Ja, ist doch hier, gell? Ja. Und da kommt man links oben. Da ist eine Glocke. Ja. Du gehst einfach den Berg hoch und klingest die Glocke. Und dann wechseln du ihn damit. Passiert das auch, wenn du das nur machst? Äh, Moment. Ich versuche gerade hier hochzukommen. Scheiße, ich komm... Na, ich komm hier nicht hoch. Ich bin zu blöd. Guck mal, ich... Ich komm hier nicht hoch. Scheiße. Mann, ich dachte, das wäre die Lösung. Das wäre so easy. Aber, äh, kannst du was werfen? Ich komm den Berg... Ich komm nicht zur Glocke hoch. Die Glocke ist da! Lass mich die Glocke betätigen. Da ist eine Bär, ja. Ich komm da nicht hoch, zur Glocke. Ich häng hier auch in irgendwie so einer Alperwand. Ich glaub, die lassen uns nicht zur Glocke. Das ist so ein Betrug. Das wäre die einfache Lösung gewesen, um den aufzumachen. Das wäre auf jeden Fall die logischste Erklärung. Ja, eben. Äh, ja. Hm. Das wäre eigentlich... Ja, aber... Ich spiel will nicht. Äh, wie willst du den Satz aufwecken? Warte mal, du meintest... Hier ist ein Baum. Der mit dem Gesicht. Der hat sich vorhin bewegt, als ich an ihm vorbei bin. Ah, ja. Da ist auch so ein Diamant, der schwebt hier. Ja, den hab ich da irgendwo hingelegt. Oder hab ich meinen hier gefunden? Und das ist dann deiner? Wo ist der denn? Äh, der ist hier. Na gut, dann ist das deiner, den seh ich nicht. Ähm, wie hast du den gedreht? Ich kann mit dem gar nicht interagieren. Nee, ich auch nicht. Ich bin einfach nur weggegangen. Und dann hat er sich zu dir gedreht, irgendwie? Und dann hab ich Geräusche gehört und dann hab ich mich rumgedreht und dann hat er sich bewegt. Dann ist noch so einer. Komm mal hier irgendwo. Ding ist, du kannst wahrscheinlich... Ich muss halt bei jedem Gebäude erstmal gucken, kannst du da rein? Und hier hast du einen Diamanten. Ich bin am Weg, aber ich könnte sein, dass ich da schon drin war. Bei der kleinen Tür hier. Und dann finde ich sie nicht zusammen. Ich fände es so ein bisschen blöd, dass du kein Inventar hast. Ja. Weil das dauert ja ewig, wenn jeden einzelnen Diamanten rumzuschlippen. Hä? Ich kann dir den Baumstamm hochgehen Richtung Glocke, aber dann hört es schon wieder auf? Wenn du bist halt direkt vor deinem Ding, das finde ich so nervig. Du kannst auch nichts werfen, weil das steht. Das steht, das du holst und du liest zu drohen, aber das funktioniert bei mir nicht. Ja, das funktioniert auch nicht. Das funktioniert nur bei manchen Gegenständen. Ich hab mich ein bisschen näher an die Glocke gekämpft, aber... Muss richtig sein. Vielleicht musst du irgendeinen Gegenstand dagegen werfen? So aus der Ferne an die Glocke, aber ich finde das Blödsinn. Das kann eigentlich gar nicht sein, da du da nicht hinkommst, falls du mal verwirrt bist oder so. Da musst du dich ja beim ersten Mal treffen. Also es gibt Sachen, wo du oder was werfen kannst, aber... So, ich leg's einfach mal hier hin, dann hab ich meine Ruhe. Geh mal da rein, da sind nämlich die Augen auf. Ich guck mir jetzt mal die Gräber an hier vor dem Vampir. Da auch was... Oh, über Diamant ist... Nee, warte mal, das war der, den ich gebracht hab. Fuck. Das war diese typische Alzheimer-Vergesslichkeit und die Freude und dann halt die Realisierung. Ja. Aber das ist ein anderer. Das soll angeblich eine halbe Stunde dauern. Hä? In dem Fall schon, haben wir jetzt geknackt die Grenze. Werdig. Im Speedrun, wenn du alles weißt. Vielleicht sind wir auch zu doof. Ich schließe das nie aus. Nein, allein für die Wege brauchst du ja schon eine Weile. Also du musst ja alles perfekt machen und genau laufen, damit du auf eine halbe Stunde kommst. Außerhalb dieses Sounds denke ich immer nicht. Das soll bestimmt das Ende der Map zeigen. Äh, was bist du für einer? Ich bin ein Flauschhase. Ach, dann gibst du dich heute zum Abendessen. Nein. Alles, was süß aussieht, wird nicht gegessen. Kein Häschen, keine Schafe, kein Bambi. Ein Bambi? Nein. Alles, was süß aussieht, wird nicht gegessen. Mein Arbus Jägerschnitzel. Nein. Okay, dann spreche ich das Bambi einfach mit ganz bösen Farmer an und dann sieht es böse aus und dann kann ich essen. Nein, das ist immer noch süßer. Und alles, was aus dem Wasser kommt, ist auch... Da mag jemand kein Fisch. Richtig. Und alles andere, was daherkommt. Bäh, bäh, bäh. Was kommt da noch? Ja, Algen und Kaviar, Fisch, Eil, sowas. Tintenfisch, Muscheln. Ja, aber das Ding ist, ich war ja auf einer Gasthofschule und da haben wir ja auch alles probiert. Hummer, Kaviar, Muscheln und etc. Und Muscheln sind wirklich... Nein, 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 nein. Nein, das Ding ist wirklich ein Statusessen. Das schmeckt nicht. Entweder du nimmst die Muscheln pur, hast ein bisschen Klipper und Salzwasser im Geschmack oder du machst es mit Zitrone. Dann hast du Klipper, Salzwasser und Zitrone. Das Ding schmeckt auf keiner Weise. Das ist einfach nur... Das machst du, um zu zeigen, dass du Geld hast. I barfui. Du, ich war gerade nochmal in diesem Häuschen drin, mit dem Hebel, wo wir auf jeden Fall schon drin waren und ich kam raus und ich hatte wieder einen Diamanten vor der Nase. Hä, noch einen? Der war einfach dann draußen vor der Tür. Ich war nur drin, hab doof geguckt und bin wieder raus. Okay. Ich bin da mal und der ist einfach so erschienen. Ist das so ein Stuck-Ting oder... Warte mal, du kannst den scheiß Hebel mitnehmen, der hier abgebrochen ist. Echt jetzt? Ja, ja, das Ding, wo du gerade drin warst hier. Der Hebel ist abgebrochen und du kannst ihn mitnehmen. Irgendwo war doch was mit Hebel, oder? Ja, ja, das war beim schlaffenden Kürbis. Dann ist so eine Säule, wo ein Hebel... Damit kannst du bestimmt die Glocke machen. Warte mal, das war hier vorne. Ich bin on my way. Hier war doch so eine Schaltfläche, wo ein Hebel gefeiert hat. Oder war... Ne, das war die andere. Die hat keine... Da musst du... Das ist das rechts hinten, wo du drin warst mit dem Gitter. Da liegt am Boden der Hebel. Da, wo ich den Kristall herhabe, wo brauche ich denn den Kristall jetzt hin? Ja, genau. Aber wo... Wo kommen diese Kristalle denn hin? Wozu braucht man die? Ich laufe mal kurz mit dem... Äh... Vielleicht in den... Vielleicht in den Drachen des schlafenden Kürbis schmeißen? Das ist ja kein lautes Geräusch. Ja, aber das... Aber der Hebel... Das ist das laute Geräusch. Ich suche halt nur die scheiß Säule von vorhin. Wo ist denn die? Äh, hier war doch irgendwo eine Säule. Ich hab dich ja drauf hingewiesen. Hey, guck mal, da ist diese Säule. Da fehlt das. Hm. Ich suche jetzt nochmal das Ding mit dem Hebel. Ah, ich hab's gefunden. Ähm... Ja. Oh, das ist die Glocke. Muss ich das auch machen? Keine Ahnung, hörst du die Glocke? Nein. Okay, dann musst du das auch machen. Wann ist mit dem Hebel? Hey, bei mir ist jetzt der Kürbel... Äh, ich spoiler dich nicht. Das darfst du selber gucken. Wo ist dieser blöde Hebel? Na, äh, ich helfe dir kurz. Ja, vielleicht ist das hier richtig. Guck mal. Äh... Das müsste da drin sein, wo du jetzt hinläufst. Da komm ich aber nicht rein. Warte mal. Ja, Moment, ich komm schon. Ich dachte, da kann ich drin gewesen. Erscheinen reicht. Ich komm schon. Ich komm schon. Erscheinen reicht. Ach, ich denke nicht, geh mal so zweitärig. Weil deutlich ist eindeutig besser. Äh... Hier ist auch nix. Da hinten nix. Ja, hier ist auch nix. Ah, hier ist der Hebel. So, dann komm mal mit. Bitte da. Ich bin da. Nee, bist du nicht? Okay, jetzt bist du da. Ich bin da. So. Einmal meckern. Es geht nochmal schneller hier. Ich kann nicht schneller. Du, du auch nicht. Doch, guck. Ich kann dich überholen. Wieso denn das? Ja, hallo. Drückst du die Taste zum Rennen? Ja. Da ist so ein kleiner Pfeil, der zeigt nach oben. Damit kannst du rennen. Ja, die hatte ich doch schon gedrückt. Du hockst, ne? Ja, weil ich versuche, schneller zu rennen, so imaginär. Du glaubst, im Hockenrennen ist es schneller als im Stehenrennen? Achso, ich hocke. Ich meine ja nur... Das ist so geil, ich gecheckt, dass ich die ganze Krüche hier. Ich sehe das ja nicht, was? Und für mich ist das so ein Zentimeter Unterschied vom Blick. Dong! Ja, natürlich. Okay, was haben wir... Ah ja, hier musst du die blöden Diamanten reitun. Oh. Und wie viele? Du brauchst vier. Ja, wir haben schon ein bisschen mehr, glaube ich. Drei, drei, vier. Ja, ich glaube, da sind wirklich mehr Diamanten versteckter als du brauchst, oder? Würde Sinn machen, wenn man so drüten hat, wie wir, die einfach Diamanten irgendwo hinstecken. Ja, tut mir leid. Hast du fünf Diamanten? Weil du brauchst ja vier. Ich guck mal. Sonst komm ich halt nicht mal weiter ab dem Punkt im Spiel. Und dann muss ich dir helfen mit Discord übertragen. Ein, zwei, drei, vier habe ich. Ja gut, dann komme ich nie mal weiter. Meinst du? Hier ist mir meine Diamanten, du komischer Vampir. Ja, der ist ja stuck in der Tür. Aber vielleicht, wie viel hast du denn jetzt nur drei, oder was? Moment, ich versuch's. Weil ich glaube, meistens respawnen die irgendwo, wenn sie verloren gehen. Nee, ich seh ihn ja. Der ist ja hier an der Tür. Du siehst ihn, aber kommst nicht dran? Naja, ich muss ihn jetzt mal klopfen, und dann seh ich ihn, weil er im Raum der Villa ist, sozusagen. Also ich, ich kann's dir gerne mal übertragen, Moment. Nee, nee, da komm ich ja so nicht hin mit meiner Bildschirmparty hier. Ja, das Ding ist halt direkt an der Tür hier. Und ich komme auch mal an. Ja, dann mach du einfach weiter und ich gu- Vielleicht kommst du da ja dann auch durch. Ich glaube, ich kann dich. Kann ich dich dann nicht, äh, wenn ich dich dann einladen würde. Ah, du meinst, dass ich kicke, und dann spiele ich von vorne, oder wie? Nee, wenn ich jetzt da die Diamanten einsetze, und ich würde dir dann, ähm, eine Einladung schicken zum Nachjoinen. Ach so. Ja, das kann ja noch funktionieren. Wo ist denn hier nochmal? Ja, dann machen wir das einfach mal. Oder du guckst, ob irgendwo, weil meistens haben die so einen Mechanismus, dass halt, wenn sowas passiert, dass du nochmal irgendwo einen anderen findest. Äh, dafür müsste ich das ganze Spiel neu starten. Nee, ich mein, wenn irgendwo was, äh, stuck ist, dass sie dann extra mehr verstecken. Nee, ich glaub so, ich glaub so nett sind die Spiele-Typen hier nicht. Weil die Hoffnung wäre gewesen, da hättest du jetzt schon mehr gefunden, so fünf Diamanten. Aber du hast ja exakt vier gefunden. Ja. Ähm, ich probier's mal mit rausgehen, und wieder reingehen. Ähm, Moment, wo ich geh hier aus. Du meinst aus der kompletten Welt gehen? Ja. Ähm, machst du go home. Äh, geh zum Hauptmenü, VR-Stadt beenden. Nein, escape und go home. Neben Respawn. Ah, hier. Yes. Okay, bye-bye. Boah, ich will unbedingt irgendwann mal wieder eine VR-Brille haben. Boah, ich, äh, wir haben uns eine auf der Polaris-Convention geholt. Ah. Und, zehn Minuten, und mir war schlecht. Echt? Ja. Ja, das Ding ist Gewöhnungssache. Du musst dich erst mal dran gewöhnen, weil du spielst so ein bisschen mit deinem Sinn, deinen eigenen Sinn, weißt? Und wir wollten Resident, doch, Resident Evil, glaub ich, spielen. Ich hab aber vorher so ein paar Kinderspielchen runtergeladen, und mir wurde tatsächlich schlecht von so einem nicht-realistischen Kinder-Game, wo ich durch so einen Dschungel bin und mir sind so Lianen ins Gesicht. Und mein, mein Gehirn so, da ist was in deinem Gesicht und du hast es aber nicht gemerkt. Da kommen wir nicht mit klar. Uns wird jetzt schlecht. Scheiße. Ah, okay. Ne, ja, es gibt's ja auch in, das hat sich ja gar nicht gehalten, diese 4-D-Kinos, wo du dann mit Wasser bespritzt wirst und so. Oh Gott, das ist ja. Äh, ja, ich muss das ganze Spiel von vorne spielen. Ich bin auf dem Weg. Ich mach jetzt die dran. Ich hab, ja, ganz schnell, ich weiß ja, wo was ist. Also, hab ich dich in ein paar Sekunden eingeholt. Wir dran, äh, und dann geht die halbe Minute, äh, halbe Stunde spiel nämlich. Oh, wo weiß, wo es ist. So, dann nehmen wir erst mal den hier mit. Ich brauch halt ein bisschen, you know, erst mal die ganzen blöden Dinger. Tut mir leid, dass ich den Diamanten in die Wand typisch schriftlich... Das hätte auch von mir sein können. Äh, warte mal, wo ist das Ding? Dann kann ich's gleich dahin bringen. Mit den Formeln. Das war bei dem Kürbis, gell? Ich weiß grad nicht, was du meinst. Formeln? Da, wo die Diamantenfächer sind. Das war mein Kürbis, oder? Da, wo der schlafende Kürbis eigentlich steht. Ja, dann bringen nämlich alle Diamanten zum schlafenden Kürbis. Ich frage mich... Ah doch, ich seh dein... dein Schild. Ich glaube, ich hab jetzt den letzten, ne? So, 1... Soll ich warten, oder darf ich schon mal was drücken? Wäre nett, wenn du wartest. Okay, dann mach ich eine Pipi-Pause. Bitte einmal im Stream anzeigen, danke. Das kann ich tun. Nein, das war ein Scherz. Warte. Hä? Einmal für YouTube, einmal Pipi-Pause. Ich spring schon die ganze Zeit wieder um dich. Ja, ich hab's schon gesehen. So, also. Du bist jetzt da. Ja. So, was hast du gefunden? Also ich hab den Hebel gedrückt und hab gesehen, dass da ein Tor auf ist. Folg mal im Sch... Ich freu dich. Das soll ich jetzt nicht. Nein, aber ich weiß noch, was du sagen wolltest. Du meintest Schweif, ne? Ja, einfach mal Schweif. Ja. Oh. Glitzer, Glitzer. Also der ist nämlich anders, weil der ist komplett und glitzert. Die ganze Zeit. Kennst du Charlie the Unicorn? Was? Kenn ich? Charlie the Unicorn. Äh, nee, ich kenn nur... Pink Fluffy Unicorn. Was? Dann hast du später eine Aufgabe. Und jeder, der das jetzt gehört hat und der es nicht kennt, macht das bitte auch an. YouTube Charlie the Unicorn. Kann man die schon wieder drehen? Ja, die kann man drehen. Wo muss ich mit dem Ding hin übrigens? Ich bin jetzt hier mitgeleitert. Wissen wir es schon? Ich hab nur geguckt, weil du kannst die drehen. Kannst du mal aufhören, um mich rumzunnen auf. Aber es ist kein Tor. Also wir können erst mal da lang gehen, weil da geht's nach oben. Ich folge dir. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Ja, das klär ich auch nicht. An's Ende dieser Map. Ja, an's Ende dieser Map. Ich wollte gerade sagen, wir sind am Anfang dieser Map. Waren wir doch schon mal? Äh, hallo? Hier waren wir schon mal. So, das ist... Das ist der Anfang. Das ist das Tor, wo wir vorher nicht durchgekommen sind. Warte, wo geht's denn dann? Was war denn hier? Ah, ja, okay, cool. Ach, das ist der Anfang, Anfang. Ja, dann ist das Tor hier, da ist der große Diamant, den du sammeln musst. Aber wo muss ich denn dann? Ja, hier lang. Püt, 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 püt. Ja. Wow, hier kommen wir raus. Äh, musst du... Äh, musst du dann das dem Typen geben? Ja, stimmt, den hab ich schon wieder vergessen. Ah, du hast den auch, ja? Ja, ja, ich hab den auch. Okay. Ich fand das so... Ich fand das gar nicht so schwer, alles noch mal zu klecken. Ich hatte das schon wieder vergessen. Alles gut, dafür hast du ja mich. Schwachsinn bleibt bei mir hängen, aber richtig Sachen nicht. Zwischen schadig zu Unicorn. Kennst du denn Lamas mit Hüten? Nein. Ah, okay, ich weiß, musst du ja nächst gucken. Ich glaub, du musst mir jetzt viel Quatsch bebringen. Ja, das ist wirklich nur Quatsch. Guck mal, ob du dem das da jetzt geben kannst. Ja. Oh, der hält die Hand hin. Ich hab... Bei mir war er gar nicht zu sehen, aber er hat's reingezogen. Jetzt darf man reinkommen. Der schmeißt dir den Schlüssel hin. Oh. Den hab ich aber eingesammelt, ne? Ja. Ich sehe nicht vor mir schweben, ist das richtig? Was? Du hast ihn auch nicht in der Hand, oder? Nee, nee, nee. Ich war nur kurz verwirrt, weil es bei mir verpackt war, mit so komischen Bohnen oder so. Also, hallo? Ah ja, weiter geht's. Toll. Ach so, das war's schon. Ach so. Wir haben's geschafft. Yay. Äh, das war's. Uh. Serie. Ach, doch, doch, doch. Du hast das Ende des Prologs erreicht. Danke fürs Spielen. Diese Welt ist ein... Hör auf, um mich rumzuspringen. Das war richtig. Jetzt rappel ich ja. Ist eine Einleitung zu einer Serie, die ich starte. Die Geschichte wird eine Trilogie, also drei Teile. Das hier ist halt der Anfang von drei Episoden. Um dir die beste Erfahrung zu... Ich hör mich schon wieder doppelt bei dir. Beste Erfahrung zu... Ich kann so nicht sprechen, wenn ich mich dreifach höre. Ich hab nichts umgestellt. Ja, ja. Ich hab literally nichts gemacht, seitdem wir angefangen haben zu spielen. Dann muss ich das jeder selber übersetzen. Ich glaub, das ist, wenn du zu laut wirst, weil du fahren leiser warst. Ich bin auch gerade extra weiter weggegangen. Ja, dann war's das. Yay. Du darfst einfach nicht mehr pinkeln gehen. Das war der Fehler, ich weiß. Na, du hast ja ein gebrochenes Herzchen auf deinem Pullover. Das bricht ja da. Ja. Ja. Ich bin auch traurig. Trauriges Wölfchen. Ja. Okay, mit traurigem Wölfchen beenden wir jetzt die Folge. Tschüss. Bye, bye.